Was ist eine Dermoizyste? Eine Dermoizyste ist eine Zystenart, die zum Zeitpunkt der Geburt einer Person existiert. Es ist eine sakkatige Tasche oder Hülle, die unter der Haut enthalten ist und dadurch gekennzeichnet ist, dass sie Gewebe und Strukturen aufweist, die typischerweise auf der Außenseite der Haut zu finden sind, wie Flüssigkeit, Haare, Haut und Zähne. Dermoizysten entwickeln sich aus einem angeborenen Defekt, der das Zusammenwachsen der Hautschichten hemmt, während sich ein Fötus im Mutterleib befindet. Die Zysten enthalten Ibitl, eine Zutat, die die Entwicklung und Funktion von Hautöl, Haarfollikeln, Talg und Schweißdrüsen unterstützt. Während der Körper wächst, folgt die Zyste dem Beispiel und bewirkt, dass sich eine Ansammlung dieser Gewebe und Zellen in der sakkatigen Struktur ansammelt. Obwohl bei der Geburt einer Person technisch vorhanden, ist eine Dermoizyste im Säuglingsalter nicht immer sichtbar. Es wird jedoch immer weiter wachsen, bis es sichtbar wird, entweder in der Kindheit oder im frühen Erwachsenenalter. Bereiche, in denen meine Dermoizyste auftreten kann, umfassen die Innenseite des Schädels, das Gesicht, den Hals, den unteren Rücken und die Eierstöcke. Unabhängig vom Alter des Patienten und der Größe der Dermoizyste sollte die Zyste nur dann zart sein, wenn sie beschädigt oder geplatzt ist. Die einzelnen Symptome variieren zwischen den Patienten. Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, dass sich eine Dermoizyste als ein anderes medizinisches Problem darstellt, beispielsweise eine Halsverletzung. Typischerweise ist eine Dermoizyste schmerzlos. Seine Farbe kann den Hautton einer Person widerspiegeln oder leicht gieblich sein. Die Haut über dem Knoten sowie der Knoten selbst kann bei Berührung leicht bewegt werden. In der Regel ist vor der Behandlung eine ärztliche Diagnose erforderlich. In den ersten Stadien der Diagnose wird die Krankengeschichte einer Person ausgewertet und eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Befindet sich die Zyste am Kopf oder Hals, werden eine Computertomographie und eine Magnetresonant Tomographie durchgeführt, um festzustellen, wie die Zyste im Verhältnis zu den anderen Kopf- und Halsgeweben des Patienten vorhanden ist. Wenn sich herausstellt, dass eine Entfernung erforderlich ist, kann eine Operation empfohlen werden. Die Entfernung von Zysten aus dem Gesicht ist das am wenigsten komplizierte Verfahren und kann möglicherweise in einer Arztpraxis durchgeführt werden. Wenn eine Dermoizyste in einem selteneren Bereich auftritt, ZB im Gehirn, in den Nasenäbenhöhlen, in den Eierstöcken oder im Rückenmark, muss ein Patient möglicherweise in einem Krankenhaus bleiben. Allerdings sind die Erholungsergebnisse selbst in äußerst sensiblen Bereichen wie dem Rückenmark sehr gut.